hallo internet und hallo youtube wir kommen zurück zu minecraft feed the beast hermecraft und in dem part bin ich jetzt sehr stark anhören wie wir tun so wie gesagt bauen für den blödsinn schnell wolle braucht man das machen ich hätte gerne die schere nur dunkelstahl ok im gartenschein brauche jetzt keine ich glaube ich habe kein eisen mehr oder wie viel eisen bringen das gibt es ja nicht bringen wir gleich 8 dass er es auszahlt wenn wir jetzt kurz mal auf die suche nach schäfchen gehen könnten aber kurz trotzdem weiterschauen bei back das wird noch interessant jägerrucksack freden hätten wir andererucksack knochen bricht es keine zu hand leider handwerk also die können wir uns auch noch machen die zwei freden hätten wir genau die zwei was wir brauchen und tun haben wir sowieso genug auszahlen ja unser auszahlen wird jetzt beinhalten sand wir werden das sand suchen der sand dass die maus sich bewegt obwohl sie sich nicht bewegen dürfte eigentlich ach gott drücken darf man sich echt nicht ganz sowieso vor als wenn meine maus aktuell spielen würde wir brauchen holz wir brauchen schäfchen das ist unser plan welche richtung sind wir noch nicht gegangen wir könnten euch in die richtung gehen trotzdem wollen wir von da kommen lass uns in die richtung gehen wir können hier zwischendurch ein bisschen sand abbauen wo der sowieso nicht viel bringt ein bisschen kies noch mitnehmen ich baue natürlich nicht zu viel ab also wir lassen das ein bisschen ebenwertig noch jetzt ist einmal zu viel abgebaut egal auch mitnehmen ich glaube mit denen haben wir das gesammelt irgendwie sowas kann ich nein schade ich versuche was wird ich hab mich das ich habe damit nichts gemacht oder wie ist es gerade ich will es gerade ausfüllen ich hätte mal noch machen kann ich schade gerne damit wir jetzt einmal ein bisschen viel Könnte ich es mir überlegen. Bin aus, ja, man könnte es sich überlegen, man könnte, muss nicht, man könnte, beton ich nicht, ob man könnte, ein Schaf sehe ich, jawohl, ein Schaf sehe ich schon, mit einem Schlag 6 Wolle, ok, gibt das Spielprinzipiell von allen mir absichtlich oder wie sehe ich das jetzt in letzter Zeit hier, da kann es mir eigentlich nur so vorher, kann auch sein, Zufall. Sollen wir mal weiter in hier, Wert scharf, hm, 13, ok, es gibt definitiv mehr, interessant. Komisch, sollen wir aber recht sein, ok, die haben es mir weniger gegeben, sollen wir aber recht sein, denn wir brauchen sowieso Wolle, lassen wir es mir schaffen, das ist gut. Gute Schiefchen, da waren noch welche, das ist auch kein aufregender Part, also wir können dann ein paar Schafe hier mitnehmen, versuchen wieder so Wolle-Sammler, ja, das ist allerdings nichts am Sand, das ist klar, ach Gott, das ist halt wieder mal das gleiche Spiel hier, jetzt könnte man auch gleich mitnehmen, ein bissel, mhm, jetzt komme ich von einem ganz und wandern immer. Nochmal Schafe, ja, hol, das Kohle. Jetzt hat sich das, die Kohle jetzt anholen, eine Kohle hole ich mir sicher nicht, das setzt sich gar nicht aus, weil da kommt wieder so ein Blödsinn, kennt das Spiel ja schon. Dankeschön, braver Schaf, braver Schaf, ganz braver Schaf, okay, braver Schäfchen, ich hab's mir aber ein Problem, wir sind voll, interesting. Achso, ja, weil ich so viel hab, ah, jetzt haben wir eigentlich andere Sachen, als was geplant waren. Wird schon ein Stack voll, verarscht mir einer. Ganz gut, wenige Schafe haben wir schon über den Stack, oh man. da gibt's Sand, das ist gut. Da haben wir Zugreifen natürlich. gleich. Da gibt's auch zwei Reihen sogar, die wir abbauen können. Vielleicht, das war ein zu viel. Haben's gut korrigiert. Also wirklich, langsam bekommen wir wieder Sand rein, das ist gut. Das war's unnötig, die Erde hat, aber egal. Wir haben schon wieder ein bisschen mehr, als wir vorher hatten. Knappe eineinhalb Sticks, also knapp ein Stick. So, mit Wolle haben wir dann. Sag mal. Dankeschön. Definitiv ausgedient für das erste. Das war's lebensgefährlich, was ich gemacht hab. Warte, jetzt decken wir uns schon noch voll, oder? Dann können wir weiter Sand abbauen. Jetzt muss keiner rein, der könnte das machen, egal. Das komme ich auch schon oder nicht, das müsste egal, aber Sand ist Sand am Ende. Der wird jetzt noch die Wüste kalt machen. Ich merke, das ist ein bisschen ruhigerer Part von mir auch. Weniger reden, mehr arbeiten. Warum auch nicht, man muss nicht immer so viel reden, sag ich. So, kann man auch voranschauen. Der wird nicht immer noch meine, sondern ein bisschen auch das Spiel. Ich meine, mit jedem dann halt was dabei sage ich immer. Ich denke, wir machen ab und gleich. So, Sand nehme ich jetzt gerade unterwegs mit was geht. Ist auch klar. Sechs Text brauche ich. Sand, das wäre so das Minimum für das was ich will. Wie haben wir bis jetzt? So, ja. Wir sind am Weg dorthin, wo ich hin will. Wir sind am Weg hin. Viel fehlt nicht mehr bis dorthin. Jetzt hat man eigentlich noch mal so locker zu anbringen auf dem Weg hier. Ich meine, die kann immer hier eigentlich direkt hier rüber. Bisschen. Hier hinten ist die Wüste. Die Wüste. Bisschen Erde auch mitbauen. Abbauen kurz. Dann stört es. Keine. Noten ist definitiv Ton. Brauchen wir es gerade nicht. Aktuell, wie gesagt, brauche ich nur Sand. Ich glaube, 6 Stacks sollten eigentlich reichen, also 4, glaube ich, bringen wir auf jeden Fall mein Samen ohne Probleme mit dem Kies. Und Samen brauchen wir allgemein sowieso auch noch für Glas, also ist es besser, wenn wir gleich mehr haben. Wir werden sicher irgendein demnächst mal Sand so abbauen gehen in Ruhe. Jetzt bleiben wir eine bessere Schaufel haben, die was wir hatten nämlich. Tun wir beim Abbauen natürlich auch leichter. So, ich glaube, das hat jetzt eigentlich dann schon reichen, oder? Ja, der Sand reicht vollkommen. Fürs erste Mal, jetzt haben wir es noch nebenbei da ein bisschen Schäfchen. Mystische schwarze, ja, die Plume werden wir auch noch sammeln, keine Sorge, die müssen wir sowieso noch sammeln, weil wenn es nicht sein muss, will ich sie jetzt nicht unbedingt mitnehmen, weil die nehmen, wie gesagt, unnötigen Platz weg. Gerade. Das war jetzt, denke ich, auch unnötig, aber egal. Brauchen wir gerade nicht. Leider. So, geht's nach Hause, hier geht's nach Hause. Huff. Ist schon weit weg, über einen halben Kilometer. Da bittet sich noch mehr Sand an. Dann macht er ja noch mit. Woopala. So. Jetzt haben wir vielleicht rein schlecht, oder? So. 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 Jetzt müssen wir den Weg nach oben gemacht gleich. So. 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 Es wäre interessant, dass ich die Hüllezies runtergegebe, bevor ich das abbaue. Bei Eisen nehmen wir mal mit. Sicher, sicher. Eisen nehmen wir auf jeden Fall mit. Kann man es sonst noch finden. Schnelle. Quarz. Ich kann die Bohnen dran glauben. Achso, jetzt habe ich wieder vergessen, ich habe fast fast einen Inventarplatz. Auch nicht gut. Ich möchte noch das mit, was wir mitnehmen können. Aber ich würde mal sagen, das gibt es dann bei der nächsten Part. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wir spielen Minecraft. Feed the Beast. Hör mir klar. …